machen ich mache mit ich freue ich an dann nimm irgendwas anderes warte warte guck mal wie ich dich jetzt hobs nehme ich bin hier hoch und dann gebe ich dir jetzt nicht und dann muss ich dazu gucken das ist langweilig ich hab den damit gegeben alter jetzt gehe einfach da rein in zuschauer modus man aber ist langweilig vielleicht auch ein der wörter ist langweilig und jetzt man ist langweilig und wie kommt er jetzt wieder raus nie wieder das finde ich aber nicht nett ist das backwind von der selten world plan linus ne wir sind in anderen das backwind selten ob das backwind selten ist hast du wlan lex lisa die gerade nicht abschießen machen gerade nur ein bion ich bin ein zuschauer modus elisa elisa keko elias kevin ich glaube dass man dies gewinnt also ich hoffe auf linus nur wenn du recheckst kannst du glaubst auch dass du glänzt ne du bist dann doch gar kein schaden bekommst du bist kämpter kämpter das nummer neu mit der goldenen hose du musst ihn einfach runter springen und den dann hätte gehen das ist ein geheimer trick den kennt keiner oder schießen runter und geben dann entfallen headshot hallo ich wollte nur tipps geben ja okay sagt man wenn das ding zu ende ist das schon also kommt ihr dann wieder in die andere map wenn das und wir sind dacke aber ohne raketen und granaten werfer also und 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 Mir was anderes einstellen? Was denn? Zu wild sind wir. Zu wild. Aber wie viel A-P hast du jetzt noch? Äh mit der Lisa und den Dinos. Ach echt? Die Indira spielt ja auch Fortnite, Mama. Greta, Greta, kannst du bitte leise sein? Komm. Greta, bitte. 80. 80. Das sind viel zu viel. Hä? Warum fragst du mich dann? Kann man nicht 70 sagen? Mama, nimm doch erst mal 70, weil du kannst es ja immer noch umstellen. Was? Was? Ja, aber ich. Ja, aber ich. Lisa, du hast eine Frage gemacht. Lisa, das ist den Verstehen. Du hast, ich bin ja für mich gefeiert. Ja, das kann man so abmachen. Ja, und? Du hast ja nicht von der Seite. Ich hab's da gemacht. Lisa, mach dich um die Klappen drauf. Ich hab's da jetzt gerossen. Noch eins gegangen. Aber, seine Nikes ist schon gut. Das ist ein Pyramidium. Reinpusten. Da will ich. Was? Soll ich 90's lernen? Ja. 5 Jahre um eine Wand zu editieren. Ey, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich brauch 5 Jahre um eine Wand zu editieren. Ja. Ach. Ja, sieht man das? Ja, voll langsam. Junge, ich hab auch gewartet. Was spielst du? Ne, top? Ja. Hälschstab응 gleich nochmal, mal kurz. Aber ist schonmacam? Ich hab diese daneben aufgestellt. Sein hier, mehr probieren. Na ja, hab ich wirklich vollesty René. das ist voll langsam ne was du machst wahrscheinlich ist es langsam ja dann was sieht sieht es aus als ob es schnell ist aber es voll langsam ich habe die wand auf den boden auf einem hp er glaube ich so fix box außerdem da wo man so langsam so mache ich die mit 14er wege holt 0 auch das weg die spitzkopf die da ab dem Ich habe einen guten Tag. Ich denke, man sieht schon so... Nio... Nio... Nio, du bist Bio. Kevin. Bio-Wild. Kevin. Kevin. Kevin, Kevin. Bio mich! Guckst du auch bei dem Bett unten bei uns oder was? Ja, da komm ich auch. Oh, ich wollte ihn irgendwann wissen. Ja. Boah. Bio-Bio-Bio-Bio-Bio-Bio-Millionen. Hä, Digga, ihr schaut Mio, das sagt Mio, das sagt Mio, Mio, Alter. Aber Bio hört gar nix, ne? Mio, oder? Doch, aber... Hör nicht mal bitte aufhören, damit das fackt ab. Das war Bio, ne? Ey, Kevin, da bitte los. Ich darf ihn nein. Oha, nein. Oha, noch gefangen. Ich darf morgen wieder. Okay. Oh, Arme, 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 beide. Oha, noch gefangen. Oha, noch gefangen. Oha, wurdest du grad von meiner Schwester geholt? Haha. Haha. Ja, ich war aber noch One-Shot von eben. Oh, war One-Shot? Ist der kleine One-Shot? Ist der Bio nicht drin? Hat die dich grad wieder geholt? Die ganze Spray mit einer 390, Alter. Darf denn nicht wieder was? Ist das verboten jetzt, oder was? Nö, ist das jetzt verboten, Alter. Ja, kann mir doch egal sein. Nur los zu spielen, Mini-Gun. Bin, relativ. Ey, ich hab dir ein Ghost-Shot gegeben. Glückwunsch. Hallo. Ey, ja. Oh. Hä? Null. Ich dachte, das wär mein. Ja, hey, komm, hey, komm, hey. Richtig. Nein. Digger. Die können ja nur sprayen, ey. Digger. Die können ja nur sprayen, ey. Digger, warum beleidigt ihr eure... ...M-Klamme? Digger, warum beleidigt ihr eure... Nullsinn. Wurdest du grad schon wieder geholt? Ohlis. Stumm dich mal. Also, stumm dich mal kurz. Oh, zucker. Soll ich jetzt Angst vor dir haben? Wurdest du denn, dass du Angst haben sollst? Fühlst du dich jetzt krass? Wurdest du grad wieder geholt? Wurdest du grad wieder geholt? Wurdest du grad wieder geholt? Wurdest du noch einen sprayen, Alter, du Robin-Sohn. Ey, Junge, geh mal kurz runter, weil du zwei Väter hast, Alter. Oh. Oh, jetzt trifft er auch noch nicht noch mehr. Leider süß am Rande. Häh, was für beide auf dich? Wurdest du grad wieder geholt? Häh, was für beide auf dich? Wurdest du jetzt zum Zentrum zurückgekehrt, weil du die ganze Zeit gekillt wurdest? was für team ich hatte genauso getötet und sie mich guck mal nur wie er sagt dass das wir team nur weil er stirbt alter es komplett schlecht gesagt dass wir team nur weil er stirbt karen der mutter deine mutter ist schlecht er nicht auf mutter ich habe dann dein fahrer schlecht im bett alter meine mutter ist vielleicht ja keine meine mutter meine mutter ist vielleicht schlecht aber dafür ist deine schlecht im bett deshalb wurdest du auch geboren aber war dein lacht werden außer dasselbe er schule schickt ja ja der chinesis habe ich doch aber jetzt wird es drückt guckst du jetzt wieder zu kevin ja meinetwegen kabeln ach nee das weiß ich das habe ich extra gesagt mit dem kevin auch so ein richtiger kevin immer gekürzt wenn sie einen Krieg teilen holt mir an ha 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 ich wer kennt ich Elisa Digga ich komme kilde ich das kilde ich jetzt ich war one shot er hat doch jetzt mal auf damit doch jetzt mal auf die ganze dort familie zu gehen was für eduard nein aber der so mit elisa und so das kann auch eine andere elisa sein ja wahrscheinlich wie hier ist die runde weggebekommen wut was ja 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 So schlecht. Dieser Linuskopf mit jemandem, der intere Streit mit Skat. Das ist doch noch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich nehme 4 Wachwerfer, Muddys. Oh, egal, egal. Oh, Muddys, ich nehme, äh, guck mal, ich nehme Luftballon und Spray-Ganz-Ganz-Ganz-Ganz. Oh, ich nehme Luftballon. Die hat die Spray-Ganz-Ganz-Andre. Jetzt! Wo sind die? Das schmeckt jetzt so. Ich denke-Ganz. Das schade! Untertitelung des ZDF für funk, 2017